Der Wagen muss verschlossen bleiben. Ich will morgen keine bösen Überraschungen erleben. Sechs Mann, um einen Leichnam anzuheben. Das kommt echt nicht oft vor. Hilfe! Ich sitze hier fest! Helft mir! Die Behörden waren nicht in der Lage, eine Leiche vorzuweisen. Glauben Sie, dass Michael tot ist oder noch am Leben? Wird er wieder, morgen? Lassen Sie mich ein für alle Mal klarstellen. Michael Myers ist tot! 10, 2, 10, tot! Und wie fühlst du dich? Die Albträume kramen sich wieder in meinen Kopf. Sie scheinen schlimmer zu werden. Es gab heute schon vier Anrufe wegen Michael Myers. Und das alle zehn Minuten. Bist du etwa ein Riese? Und ich weiß auch, dass er nicht nur aufgrund eines blöden Feiertags zurückkehrt. Ruf sofort den Notruf an! Ja, Nummer 15! Maya, was ist denn passiert? Schwester? Schwester? Das Böse ist hier! Ich bin nicht ich! Wer bist du dann? Ich bin Michael Myers Schwester! Er will mich töten! Aber hier ist niemand! Hab keine Angst, Kleine! Niemand wird dir wehtun! Und hier wird nichts passieren! Und hier wird nichts passieren! Und hier wird nichts passieren! Ich bin Michael Myers Schwester!